Ich habe Angst, dass Mama und Nora sich trennen. Wenn du meine Hilfe brauchst, meld dich, ja? Das alles hier. Willst du mir damit was sagen? Wir sind quitt. Wir sind quitt? Ich rede davon, dass du nur faul auf dem Sofa rumhängst und schon beim Aufstehen furzt. Ja, was läuft denn noch zwischen uns? Außer, dass wir uns ständig annerven. Bis zum nächsten Mal.